Kurzgeschichten aus Karmatown Eine heilige Vielfaltigkeit Wenn man durch den Dunst des Seins hindurchsehen könnte, durch die ganze vermaledeite Materie, vorbei an Atomen zwischen hyperaktiven Elektronen und stinkend faulen Protonen hindurch, dann würde man dort, gleich hinter den Quarks, in dem Energiefeld, aus dem ab und zu die Higgs-Teilchen hüpfen, ein seltsames Muster sehen. Auch wenn es zuerst keinen Sinn machte, würde man doch schnell erkennen, dass es eine Art waberndes Mandala ist, das sich anscheinend in einem wilden, freien Moment mit einem Mandelbrotfraktal gepaart hat. Strengt man seine metaphysischen Augen dann noch etwas mehr an, erkennt man vielleicht, dass es kein simples Muster ist, sondern eine Stadt. Eine leuchtende Stadt im Dunkeln des Nichts, auf die man von oben herabschaut und umso näher man kommt, umso gewaltiger wird diese Stadt. Die wabernden Linien sind ihre Straßen, die sich ständig erweitern, verändern und in die Unendlichkeit ziehen. Denn in jedem Augenblick beziehen tausende Neuankömmlinge ihre Wohnungen. Diese Stadt wird von manchen Jenseits genannt, andere nennen sie Hehl, Nirvana, Olymp, ewige Jagdgründe, Paradies oder Tartarus. Nur die hippen Bewohnerinnen des Zentrums nennen sie häufig einfach Karmatown, vielleicht weil es so schön griffig und unspezifisch ist. In Karmatown leben oder sagen wir existieren alle Menschen, die je gelebt haben, vom ersten affenähnlichen Zweibeiner mit etwas Bewusstsein bis hin zum modernen Menschen, der oder die gerade etwas verfrüht eintrudeln, weil sie Waschmittel gegessen haben oder partout nicht an Viren glauben wollten. Doch in Karmatown muss niemand mehr leiden und jeder kann an das glauben, was er oder sie möchte. Denn in Karmatown gibt es keinen Hunger, keinen Schmerz, keinen Schlaf und auch keine Physik. Zeit ist etwas Variables, das jeder für sich selbst bestimmt, doch immerhin läuft sie für jeden vorwärts. Außerdem hat man sich anscheinend halbwegs friedlich darauf geeinigt, dass es eine Art Schwerkraft gibt, denn ohne oben und unten wäre die Stadt komplett unübersichtlich geworden. Am Rande des Zentrums, wobei das auch sehr subjektiv ist, steht ein mittelgroßes Haus, das anscheinend von Erbauern verschiedenster Zeiten und Kulturen zusammengeschustert wurde. Hervorstechende Merkmale in diesem architektonischen Tohuwabu sind einige Kreuze, ein Gebetsturm und ein Türmchen einer Synagoge. In diesem Haus wohnt Gott. Beziehungsweise eine unendliche Vielzahl an Variationen von Gott. Denn, wie gesagt, jeder Mensch kann hier an alles glauben und dann, wenn genügend Menschen an dasselbe glauben, nimmt es Form an. Weshalb Karmatown von unzählbaren Göttern, Göttinnen, Dämonen, Geistern und Fantasiewesen bewohnt wird. Doch wenn man denkt, diese sollten das Bild der Stadt prägen, dann hat man weit gefehlt. Sie alle gehen im allgemeinen Chaos des menschlichen Gewusels unter. Im Gewitter menschlicher Fantasie sind sie nur ein paar Regentropfen. Doch wenn sie einmal existieren, dann verschwinden sie auch nicht mehr und müssen nun, wie alle anderen, überlegen, was sie mit ihrem Sein anfangen. Und das ist gar nicht mal so leicht, wenn es eigentlich nichts zu tun gibt. Aber zurück zu der Straße am Rande des Zentrums, die den seltsamen Namen Straße der großen Minderheiten trägt. Zurück zum Haus Gottes, wo er, sie, mit Jehova und Allah als unteilbare Einheit wohnt. Besser gesagt, ganz oben. In einem kleinen Türmchen wohnt der Heilige Geist. Darunter Jehova, Yahweh und alle anderen Namen. In der zweiten Etage Allah, allerdings ohne seine Propheten. Darunter in der ersten Etage der Vater und ganz unten der Sohn. Die heiligen Jungfrauen sind schon vor einer ganzen Weile ausgezogen und wohnen nun auf der anderen Seite der Stadt, zusammen mit ein paar Asen. Gott in seiner komplexen, vielfältigen Einzigartigkeit sitzt, wie so häufig auf dem Sofa. Doch dieses Mal ist er in ein Gespräch mit seinem neuen Psychiater versunken. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn man wie du nur zwei Leben mit sich rumschleppt, Siegfried. Ich wünschte manchmal, ich wäre wenigstens einer der körperlichen Götter. Aber diese glücklichen Polytheisten wissen gar nicht, wie das ist, keine richtige Form haben zu können. Und dieses allmächtig und allwissend sein nervt auch ziemlich. Ich hätte echt gern so spezifische Aufgaben wie Blitzeschleudern oder Weinvergären oder so. Nun, du kannst daran nichts ändern, wie sich deine Gläubigen dich vorstellen, aber du kannst dir dein eigenes Selbstbild schaffen. Das sagst du so leicht. Keine Ahnung, wie lange ich das schon versuche. In diesem Augenblick geht ohne Klopfen die Tür auf und Jesus, beziehungsweise ein Jesus, betritt den Raum. In diesem Augenblick geht ohne Klopfen die Tür auf und Jesus, beziehungsweise ein Jesus, betritt den Raum. Ohne die beiden zu beachten, schlürft er ziellos hindurch. Siegfried und Gott folgen seinen Schritten mit leicht irritierten Blicken. Der offenbar etwas verwirrte Mann mit dem langen, braunen Bart, den blauen Jeans und braunem Hemd mit Batik-Mustern bleibt plötzlich mitten im Raum stehen und schaut hoch. Dad, können wir den einen Typen nochmal fragen, ob er uns so eine Torte besorgt? Die war echt geil. Was ist los, Stone Jesus? Welcher Typ? Gott schaut leicht besorgt zu seinem Sohn, der die Inkarnation eines Jesus darstellt, der von einer kleinen, kleinen asiatischen Sekte im 4. Jahrhundert angebetet wurde, die nicht an die Kreuzigung, sondern an die Steinigung Jesses glaubte. Er war einer der Varianten seines Sohnes, die am wenigsten mit der Existenz klarkamen. Er kam also ganz nach seinem Vater. Du weißt schon, der mit der Locke, der immer mal vorbeischaut. Wir sind gerade in einem wichtigen Gespräch. Wenn du in unserer Zeit dabei sein willst, setz dich einfach dazu, bietet Siegfried an, der hier die einmalige Chance sieht, zwei Götter mit einer Klappe, beziehungsweise zwei Abwandlungen in einem Gespräch zu therapieren. Was machst du zur Zeit so, Jesus? Och, ich treffe mich immer mal mit Paul. Du weißt schon, dem Ex-Apostel. Der ist jetzt bei den Dadaisten und schreibt die Bibel um. Gott verzieht halb amüsiert, halb verzweifelt die Mundwinkel. Oh nein, was verfasst er jetzt wieder? Wir haben vorhin einen total coolen Psalm geschrieben, erzählt Stone Jesus begeistert und versucht, sich an den Wortlaut zu erinnern. Und siehe, sie trugen rote Wollsocken, auf das sie das Gras nicht verwechselten. Doch in ihrer Unwissenheit rutschten sie auf dem Parkettboden aus. Und Gott sprach, das ist in Ordnung. Lasst uns an diesem Ort eine Sommerrodelbahn bauen. Und so geschah es. Ja, das hätte ich vielleicht wirklich gesagt. Gott, nur noch zusammengehalten von ein paar Gedankensträngen, ist er unglücklich darüber, dass sein Sohn nun auch dabei ist. Aber gut, seine Söhne sind eindeutig Teil seines Problems. Er versucht, den Faden wieder aufzunehmen. Wie soll ich mir denn ein Selbstbild schaffen, wenn ich in tausend Teile zerglaubt wurde und ausgerechnet dieser Teil, den ich gerade darstelle, einfach kein festes Aussehen hat? Ja, okay, manchmal soll ich wie so ein alter Typ mit Bart aussehen, aber das ist noch das Konkreteste, was ich bekomme. Tausende Namen, aber kein Wesen, nichts Gräfiges. Heilige und Propheten, Engel und Teufel, alle haben irgendwas Konkretes bekommen, von dem sie sich wenigstens, ich weiß nicht, abgrenzen können. Aber wenn man nichts Konkretes hat, wie soll man sich dafür oder dagegen entscheiden? Vielleicht musst du endlich Stellung beziehen für das Unkonkrete, wirft Siegfried ein. Über ihn ist Lärm und wütendes Geschrei zu hören und die Zimmerdecke zittert. Stone Jesus verdreht die Augen. Schon wieder. Auf den fragenden Blick von Siegfried erklärt Gott, das ist Allah, er bekommt dauernd Besuch von selbst erklärten Märtyrern und wird dann meistens stinksauer. Er kann selbstverliebte Mörder nicht leiden. Aber Allah ist doch ein spannender Aspekt deiner Persönlichkeit. Immerhin gibt es von ihm wirklich keinerlei Darstellung. Kommt er gut klar damit? Gott stöhnt und hält seinen Kopf mit einer Hand, die im nächsten Moment nicht mehr existiert. So wie auch sein Kopf. Ja, das ist ja das Problem mit der Vielfältigkeit. Er hat konkrete Regeln und genießt es geradezu, jede mögliche Form anzunehmen. Aber da wir eigentlich ein und dasselbe sind und gleichzeitig so viele Gläubige glauben, dass wir es nicht sind. Ach, ich könnte durchdrehen. Ich verstehe, nickt Siegfried wissend. Sie können nicht eins werden, da die Gläubigen nicht daran glauben wollen, aber sie sind auch nicht voneinander zu trennen, wie verwachsene Zwillinge. Drillinge, mein Stone-Jesus grinsend und setzt hinzu. Vierlinge, Fünflinge, Viellinge. Ja, ja, ist gut. Gott winkt beschwichtigend ab. Draußen vor dem Fenster ist jetzt ebenfalls Lärm zu hören. Eine Art Demonstration zieht mit lautem Getöse vorbei. Es sind parolenjohlende Segregationisten, die lauthals fordern, dass jeder Mensch gefälligst so auszusehen hat, wie damals, als er gelebt hat. Ohne echte Hautfarben kann man nämlich gar nicht mehr so einfach im Vornherein festlegen, wen man jetzt nicht leiden kann. Gott schaut abschätzig aus dem Fenster. Naja, lieber vielfältig als einfältig. Siegfried setzt sich mit einem leeren Gesichtsausdruck, der wohl schlau aussehen soll, aufrecht hin und schiebt sich seine kleine Brille zurecht, die er extra dafür erschaffen hat. Lieber Gott, ey. Ach du Gott, so war das nicht gemeint. Entschuldigung, alte Sprachgeweinheiten. Oh Gott, was mach ich nur? Ach zum Teifel. Ein roter Kopf, völlig ohne Hörner, schaut durch ein Loch in der Wand in das Zimmer. Hat jemand gerufen? Ich wollte eigentlich Holy besuchen. Gott winkt ab. Nein, nur die alten Sprüche. Du weißt ja. Holy ist oben im Turm. Nett dich zu sehen. Grüß Luzi von mir, falls ihr euch trefft. Während der Kopf und das Loch wieder verschwinden, richtet Siegfried etwas pikiert seinen Blick wieder auf Gott. Gott, wie wäre es, wenn du einmal versuchst, für ein paar Zirkel jemand ganz Konkretes zu sein? Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist? Gott schaut nachdenklich. Stone Jesus schaut verwirrt. Wer oder was sollte ich dann sein? Hast du einen Vorschlag? In diesem Augenblick wird erneut die Tür ohne jede Vorwarnung aufgerissen. Ein runder Mann mit schwarzer Haartolle stürzt herein und drückt die Tür hinter sich zu. Hi Leute, kann ich mich wieder eine Weile bei euch verstecken? Ich werde wieder von diesen Verrückten verfolgt, die glauben, dass ich noch lebe. Seine warme, melodische Stimme klingt etwas panisch. Der Tortentyp, ruft Stone Jesus erfreut. Elvis, sagt Gott sehr freundlich. Na klar, komm rein. Haben Sie gesehen, wie du hergekommen bist? Ich hoffe nicht. Hey Stoney, soll ich dir wieder eine Torte machen? Ja, die beste, an die ich mich erinnern kann. Siegfried sieht die erneute Störung eher mit ungeduldigem Blick. Er wollte gerne noch etwas erreichen, aber anscheinend hat sich Karmatown gegen ihn verschworen. Zudem kann er mit Elvis nicht viel anfangen. Er kennt ihn kaum, da er das Leben schon früher verlassen hatte. Während Elvis also eine sehr schmackhaft aussehende Schwarzwälder Kirschtorte aus seiner Erinnerung entstehen lässt, bebt plötzlich leicht das Haus. Allah wieder? fragt Elvis. Gott schüttelt entnervt den halbexistenten Kopf. Nein, das kam eindeutig von unten. Ich glaube, du hast doch Gäste mitgebracht. Na toll, und was jetzt? Ich will nicht mehr wegrennen, die finden mich eh überall. Und ich kann ihnen ja auch nicht helfen und sie ins Leben bringen. Hm, kannst du vielleicht? Elvis schaut Gott flehend an, doch dieser muss verneinen. Nein, ich hab davon keine Ahnung. Allmächtig hin oder her. Ich war noch nie im Leben. Plötzlich stellt sich der euphorisch wirkende Siegfried zwischen die beiden. Ich habe eine Idee, wie wir eure Probleme zumindest vertauschen können. Vertauschen? Wie meinst du das? Fragt Elvis misstrauisch. Nun ja, ihr könntet doch mal tauschen. Also Gott wird Elvis und Elvis wird eine unkonkrete amorphe Existenz. Ein Versuch wär's doch wert. Siegfried lächelt hoffnungsfroh. Elvis ist skeptisch. Das soll funktionieren? Na ja, wenn ihr daran glaubt, das ist immerhin Karma Town. Ja, warum nicht? Entscheidet sich Gott und wendet sich an Elvis. Glaubst du, dass ich allmächtig bin? Das ist wichtig. Ja klar, du bist Gott. Na dann? In einem Moment sind da Gott und Elvis und im nächsten Moment sind da Elvis und Gott. Nur, dass sie die Plätze vertauscht haben. Elvis Gott schwebt als transparente, undefinierbare Wolke im Raum und scheint den neuen Zustand zu genießen. Na gut, ich mach mich dann mal dünne, sagt er und verschwindet. Gott Elvis schaut auf seinen neuen festen Körper und scheint ganz angetan. In diesem Augenblick wird die Tür zum dritten Mal ohne jegliche Höflichkeit aufgerissen und eine Gruppe wild entschlossener Elvis-Anbeter stürmt in den Raum. Elvis lebt, kreischen sie laut und stürzen sich auf Gott Elvis. Moment! Die kräftige Stimme ihrer Anführerin lässt die Fanatiker erstarren. Das ist nicht Elvis, er sieht nur so aus. Aber wer ist er dann? Ach, das ist nur Gott. Gott, welcher Gott? Na Gott, Gott, ihr wisst schon, Bibel und so. Ach so. Oh, die Stimmung schlägt in gereizte Enttäuschung um. Oh Mann, oh, Elvis ist schon wieder abgehauen. Wahrscheinlich ist er ins Leben zurück. Warum kann er uns nicht einfach mal mitnehmen? Schweigend sehen Gott Elvis, Siegfried und Stone Jesus zu, wie die Elvis-Anbeter den Raum mit hängenden Schultern verlassen. Dann lächeln sie sich ein wenig selbstzufrieden an. Stone Jesus holt ein Messer und drei Teller hervor. Will jemand ein Stück Torte? Niemals zu Ende.